Musik Hiho Leute, ich begrüße euch wieder bei Minecraft. Ich habe mittlerweile einiges vorbereitet. Man sieht schon, da habe ich eine Wand aus Öfen, da hinten habe ich noch ein paar interessante Sachen. Ich würde sagen, ich fange einfach mal hier an. Das haben wir hier so abschließend. Ich habe jetzt ein paar Slime Balls, dafür musste ich mich leider hinstellen und hier, da vorne, einen Chunk dafür vorbereiten. Ich habe hier einen ausgehoben, den konnte ich mir mit der Minimap anzeigen lassen. Das doof ist nämlich, dass ich das nicht in der Farmwelt machen kann, einfach weil ich da keine finde. Da sind keine Slime Chunks da. Es kann sein, dass es die vielleicht doch gibt, aber zumindest zeigt mir die Map keine an. Und dann finde ich da halt keinen, deswegen musste ich mich halt hier hinstellen und hier einen hinbauen. Denn ich wollte schon mal ein bisschen Slime haben für die Türsteuerung. Und dafür haben wir schon mal welches. Ansonsten, da habe ich noch ein bisschen mehr Material. Man sieht, die Farmen war recht erfolgreich. Wir können also bald anfangen, da Sachen zu bauen. Hier noch ein bisschen Kram, warum habe ich da mein Backpack weggepackt? Und stattdessen, habe ich da überhaupt noch was drin? Ich hatte, glaube ich, immer noch ein Linking Book und Reserve. Hier sieht man schon ein bisschen Bienen, Kristalle, Bücher, wie vorher auch noch. Hier ist jetzt ganz viel Stein drin. Dafür habe ich hier auch noch den Rest davon drin, da habe ich gut was gefarmt. Und das hier ist neu, das könnte sonst sein, das nennt sich, der Mod nennt sich Easy Crafting. Und das ist im Endeffekt, ja, wie der Crafting Table 3, nur dass es noch keine Verschachtelung kann. Also ich kann mir jetzt mit allem, was ich im Inventar habe, bastelt er mir als Sachen, die kann ich mir halt direkt auswählen. Wenn ich hier Holz mit reintue, sehe ich schon, ich habe gleich mehr Möglichkeiten. Wenn ich das hier zum Beispiel reinnehme, kann ich dann Disks. Ähm, spielt auch eine Rolle, wo ich das Zeug drin habe, nur im Inventar funktioniert. Er hat leider keine Verschachtelung, also ich kenne jetzt nicht, wenn ich hier Holz drin habe. Das muss ich mir nur noch extra machen, um dann hier Gears zu bekommen. Aber an dem wird noch gearbeitet, der ist auch noch nicht in der komplett finalen Version. Und wenn das rauskommen soll, soll er das können. Was ich persönlich immer sehr cool fand. Ich mochte auch den Crafting Table 3. Und deswegen habe ich mir den jetzt mal wieder reingeholt. Ja. So, hier habe ich noch, nicht Holz, genau, Sand wollte ich noch fertig machen, damit wir auch Glas haben. Deswegen holen wir uns hier heute mal ein bisschen Stein raus. Denn den werde ich gleich sicherlich brauchen. Denn heute wird es Zeit für den Häuserbau. So, die nehme ich auch schon mal mit. Man sieht auch, mein Erfahrungseil ist ein bisschen runtergegangen. Das kommt daher, dass ich hier beim Bauen des Slime-Chunks mehrfach hier runtergekracht bin, bis ich das mit dem Wasser richtig hatte. Und da dann mehrfach dran verreckt bin, das kostet natürlich Erfahrungspunkte. Außerdem habe ich hier ein bisschen die Fläche geebnet. Da können wir uns gleich hinstellen, direkt anfangen zu bauen. Nur vorher will ich noch einmal nach Bambus gucken, weil ich nicht weiß, wie viel davon gerade da ist. Und weil ich mir noch angewöhnen muss, mich hier richtig durch die Bäume zu orientieren. Oder die vielleicht irgendwann doch auch mal den Rest davon abzuholzen. Ja, wir haben wenigstens noch ein bisschen was. Nicht viel aber immer hin, denn da bin ich ja momentan noch akrimisch hinterher. Ja, jedes bisschen ist wichtig. Damit wir hoffentlich am Ende des Parts vielleicht noch mal ein extra Part dazu noch mal ein paar Welten erforschen. In der Hoffnung, da coole Symbole zu bekommen. Aber jetzt geht's an den Bau. Ich hab mir da ein bisschen was zu überlegt. Ich hab mich noch nicht endgültig entschieden, wie ich das haben will. Was ich aber weiß, dass ich hier eine Außenmauer haben möchte. Und ich möchte auf jeden Fall mit Stonebricks arbeiten. Deswegen werden die jetzt hier alle schon mal gestornbrickt, damit ich dann meine Mauer soweit schon mal planen kann. Denn ich glaube, da werde ich hier auch recht weit gehen. Ich hoffe, wir sollten vielleicht noch ein bisschen Dreck mitnehmen oder gleich abbauen. Ich glaube, es läuft auf Abbauen hinaus. Wie ist das von der Fläche aus? Ja, ich glaube, hier fange ich an. Und mach den Teil hier schon mal weg. Mach ich mir hier meine Außenmauer. Und da wird's dann nämlich jetzt aufwendig. Hier muss dann nicht der ganze Teil natürlich weg, der hier ist. Und vielleicht werde ich sogar unsere kleine Hülle dann direkt an die Mauer so mit anschließen, dass man so einen kleinen Geheimgang oder sowas hat, dass man da noch rein kann. Das muss ich mal schauen. Erstmal kommt hier ein guter Teil weg. Ich muss nicht mal sehen, wie weit ich hier überhaupt gehen kann. Und ja, äh, jetzt gibt's halt Häuserbau wieder in Folgen. Ich war am überlegen, ob ich das vielleicht auch alles oft genug habe. Aber ich dachte mir, na, nicht übertreibend, dass ich hinterher mit einem komplett fertigen Haus da stehe und sage, ja, Jungs, so sieht das jetzt aus. Und alle von euch sagen, ja, ich hätte gerne gesehen, wie du das gebaut hast. Ja, schaufeln, hab ich noch ein bisschen. Deswegen wird's jetzt in den nächsten paar Folgen ein bisschen Bau geben. Ich will auch schon ein paar technische Unternehmungen kommen. Ich mach mir den Zock mal wieder einen Tacken leiser. So. Ein bisschen zu laut gefühlt auf den Ohren. Ja, es wird halt auch schon ein paar technische Elemente geben. Ich möchte gerne eine Computersteuerung für die Tür mit einbauen. Finde ich eine coole Idee. Da kann man sich ja so kleine Passwortabfragen bauen. Die sind da zwar nicht super sicher und eigentlich auch total überflüssig, aber macht halt Spaß. Deswegen werde ich mir da mal ein bisschen Computer... Vor allem weil ich Computer bisher ja immer nur in Form von Turtles verwendet habe. Und man kann damit auch noch ein bisschen mehr. Man kann auch mit Turtles noch deutlich mehr, als ich damit bisher gemacht habe. Aber da lässt sich halt dann schon mal gut mit anfangen. Und das will ich dann halt nutzen. Und dann halt auch ein bisschen schon mal planen, wie das von der Raumeinrichtung her wird. Was ich da mache. Man lege auch einen kleinen Innenhof zu lassen. Sodass ich die Möglichkeit habe, direkt nah in meinem Gehäuse hier Apiaries zu bauen. Aber das werden wir dann mal sehen. Dann habe ich mehrere mögliche Bilder für mein Haus im Kopf. Und welches dann kommt, wird sich zeigen. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen drauf schauen, wie das von der Fläche aussieht. Weil hier kann ich ja noch ein gutes Stück weiter abtragen. Dann bin ich ja gleich mal so frei und investiere mal... Ich habe nämlich reichlich Diamanten gefunden, deswegen investiere ich mal einen davon in eine Schaufel. Ein bisschen Dreck kriege ich sogar noch an der Truhe unter. Was packen wir von mal da mit dazwischen. Dann muss ich nämlich gleich nicht so langsam arbeiten, wenn ich die Schaufel hier abgearbeitet habe. Sondern sind dann deutlich schneller. So. Wie weit möchte ich... Ich glaube, ich mache es erstmal so, dass ich hier das Stück noch weg mache. Und dann mal sehe, wie weit ich hier hinten gehen kann. So, dass ich das dann hinter... Dass ich das nicht komplett in den Berg reinbaue. Muss ich mal schauen. Vielleicht baue ich es auch absichtlich in den Berg ein. Mal sehen. Wie weit kann ich denn hier wohl so... Ja. Der hier gefällt mir. Bis hier hin gehen wir. Den machen wir ab, damit es nicht so ganz unnatürlich aussieht. So, nur so ein bisschen. Und jetzt wird es Zeit für eine schnellere Schaufel. Viel besser. Und es wird der Dunkel, stelle ich gerade fest. Ich glaube, ich mache es mal so. Woi, ne. Ich war gerade überlegen, ob ich für das Bauen auf Peaceful gehe. Aber ich glaube, ich benutze eher das Bett. Aber wenn ich jetzt erstmal wieder anfange, auf Peaceful zu gehen für sowas, dann ziehe ich das auch länger durch. Und daher machen wir es mal lieber so. Kann ich auch noch einen Schluck nebenbei trinken. Und da ich gerade auch nochmal daran erinnere, dass der Treecapitator-Mod aktualisiert werden muss. Also ich bin immer schon dabei, mehrfach täglich in den Foren am gucken, was es jetzt an Mods so an nächsten Versionen gibt, wann die kommen. Und ja. Ich kann hier gerade nochmal mit meinem Treecapitator vorbei. Da habe ich auch schon gut was an Sticky Ressin zusammengesammelt. Einfach mal immer schön in der Farmwelt, immer wenn ich vorbei kam, die Bäume abgearbeitet. So, dass wir da halt zumindest genug haben, dass ich da doch was machen kann. Und nicht nach der Hälfte der Maschinen feststelle, oh, ich bräuchte vielleicht mal wieder ein bisschen Sticky Ressin. Muss erstmal wieder alles absammeln danach. Ups, allerdings wollte ich da gar nicht, sondern in den Dreck, den habe ich mir auch extra hingelegt. Denn immerhin ist es doch schon recht aufwendig, Sticky Ressin in genügender Zeit zusammenzubekommen. Ich werde mir da auf jeden Fall recht zügig Farmen zu bauen. Ich will mir auch möglichst bald eine Peat Farm aufbauen, sobald ich mein Haus stehen habe. Da denke ich wäre, also zuerst kommen natürlich die Industrial Craft Maschinen, damit man mit dem Masturator sich Sachen vervielfältigen kann. Und mit dem Extractor möglichst viel aus dem Sticky Ressin rausholen kann. Aber dann werden ziemlich zügig weitere Maschinen aus Forestry Farmen, äh, aus Forestry Farmen, aus Forestry Farmen kommen, nämlich die ganzen Farmen. Dass ich dazu jetzt eine solide Versorgung bekomme. Denn da sind ja schon ein paar wichtige Sachen dabei, so Bambusfarmen und, äh, Gummibaumfarmen und natürlich die Peatfarm. Den Mäust, da kann man schon sehr früh anfangen, wobei man eine Getreidefarm, äh, ein paar Getreidefelder hat. So, jetzt ist die Frage, wie weit kann ich da noch hingehen? Äh, 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 weil ich will das eigentlich schon noch ein bisschen näher da dran haben. Oder aber, hm, das drückt mich auf eine Idee, ich, das machen wir. Ich mach da eine kleine Ecke hinten rein. Ich weiß so, legen wir es viereckig zu lassen. Aber das stört mich mit dem Berg da hinten, dass der so weit rausragt. Den will ich nicht komplett abbauen. Aber, ich kann mich reinstellen, kann ich jetzt bloß einfach mal hier hin. Man kann dann hinten eine kleine Ecke drin lassen. Ja, von der Distanz her, das ist okay. So, nehmen wir mal die Ecke ab. Ich werde dann wahrscheinlich eh erstmal die Mauer setzen und später nochmal außen an der Mauer dran lang, um da ein bisschen Abstand zur Mauer aufzubauen, weil ich das nicht so mag, weil die Mauer hinter höher gezogen werden muss, damit der echte Boden da nicht zu nah dran ist. Aber das sind Sachen, die ich dann offscreen machen kann. Oder offscreen machen werde auf jeden Fall. Da will ich mich da nicht hinstellen und euch noch mehr beim Buddeln zugucken lassen. Ich werde jetzt auch hier erstmal eine Fackel platzieren. Das kann man ja einfach mal als Abgang in den Keller verwenden. Aber erstmal muss hier ein bisschen Beleuchtung hin, damit einem da nicht die ganze Zeit Monster anspringen. Das Kupfer lasse ich da jetzt auch erstmal. Wir haben ja gut was auf Lager. Wenn ich es brauche, kann ich es erst da rausholen. Da muss ich ja nicht die ganze Zeit hinterher rennen. So, wie hoch muss ich denn noch? Ich habe ja noch gut was vor mir. Aber ein bisschen was werden wir jetzt davon auf jeden Fall noch machen. Können wir gleich noch ein bisschen Mauer machen und dann am Ende des Parts denke ich mal noch ein bisschen Mistcraften. Das denke ich, die meisten Parts jetzt laufen, dass ich dann mal ein bisschen offscreen zwischendurch mache. Um das, ja, was davon auch fertig zu bekommen, aber auch nicht alles offscreen zu machen, weil das finde ich persönlich bei Minecraft am Anfang immer so unheimlich schwierig, wenn man da eine Aufnahme laufen hat. Wie stimme ich das ab, was mache ich jetzt, was mache ich nicht? Später kann ich mich hinstellen, kann die Maschinen vorbereiten, Zappel zurechtlegen und dann munter aufbauen und rumprobieren. Und da ist irgendwie ein bisschen Abwechslung mit drin. Hier ist es jetzt ja doch ein bisschen sehr einseitig. Aber ich will mich auch nicht hinstellen und sagen, ich mache jetzt die ersten 5 Stunden Spielzeit komplett offscreen und baue hier ein Haus auf und alles. Weil teilweise sind ja doch schon spannende Sachen dabei oder zu interessante Sachen dabei, wie ich was aufbaue. Was will ich dann nicht komplett alles offscreen gemacht habe und dann hinterher anhören müssen, hättest du das bitte mal zeigen können? Das finde ich super interessant. Weil mich persönlich würde es, wenn ich Videos schaue, auch stören, wenn der sagt, ich habe hier erstmal 5 Stunden offscreen gemacht, wir haben hier schon ein komplettes Haus fertig und ihr erlebt jetzt nur, was ich damit mache. Weil ein gewisses Maß interessiert es ja schon. Von daher wird das auch wohl erstmal noch drin bleiben, also stückchenweise. Jetzt muss ich gleich mal schauen, wie weit ich da muss oder gehen werde. Ich glaube, wir machen das mal so, dass ich hier, ja bis hierhin ungefähr baue ich ab. Dann mache ich da so einen kleinen Eckbereich hier vorne hin. Da kann ja so vielleicht ein kleiner Garten oder so hin, dann ein Teil des Gebäudes. Hat das mit dem Dreck sogar ganz gut geklappt, weil gut, dass ich mir hier Diamantschaufel gemacht habe. Diamant ist im Endeffekt schon kostbar, aber teilweise ist die Arbeitszeit das auch wert. Hier kommt da gerade noch eine ganz andere Idee. Vielleicht werde ich den Boden hier doch nicht absenken. Kostet zwar mehr Steine, könnte aber interessant werden, dass ich mir im Endeffekt den Eingang zu meinem Haus, also dass ich die Mauer ein ganzes Stück hier hoch mache, an der ich gerade arbeite und den Eingang irgendwie so auf die Höhe hier setze, vielleicht sogar auf die hier, ich gehe den Eingang hin und dann kommt man in der ersten Etage im Haus direkt rein und kann dann noch nach unten gehen und dann nach unten in den Garten. Das wäre, glaube ich, cool. Ich glaube, das mache ich. So, dann kommt hier weiter Außenkante und dann schließt sich das im Endeffekt hier oben hoffentlich dann wieder mit an. Dann kann ich mir direkt dann wieder zeitweise auffüllen. Ja, da habe ich gerade Bilder im Kopf, die mir sehr gut gefallen. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wo ich da dann meine Lagerräume und alles einrichte, aber so die Grundstruktur des Gebäudes gefällt mir schon mal, die ich da am Kopf habe. Und so, jetzt muss ich mal von hier aus gegen gehen, nicht, dass ich da aneinander vorbei renne. Und dann wird es hier nämlich auch quasi, wenn man hier auf Untergeschossebene rauskommt. Und vielleicht, ne, dann machen wir es nämlich doch auch anders. Haha, ich weiß, es wird schon wieder dunkel, aber ich stelle gerade fest, dass es dann sinnvoller ist, hier bis zur Mauer zu gehen und dann auf der Seite quasi im Zweifelsfall alles aufzufüllen, sodass es da zwei klar getrennte Ein- und Ausgangshöhen gibt. Wobei ich noch nicht beide Ausgänge bauen kann, weil ich beide mit Sticky Resson machen will und dann Sticky Pistons. Warum soll ich da nicht Sticky Resson zu? Mit Slime und dann Sticky Pistons, so aus dem Wegschwein. Und da habe ich leider noch nicht genug Slime für, da muss ich gleich mal wieder unten gucken. Vielleicht schon wieder was da ist, das wäre super. Da füllen wir mal auf die Lächer erstmal. Und ich bin hier zu weit gegangen, das ist super. Zwischendurch immer mal auf die Uhr gucken, dass ich hinterher noch genug Zeit habe, mich auch noch ein bisschen um Wisskraft zu kümmern. So, was sagt der Himmel? Auch der Himmel sagt, ich habe noch Zeit, das ist super. Denn mein Plan ist, dass ich zumindest hier... Warte, ich überlege mal, wo ich das Haus mache. Ähm, wie war... Warte, mach ich das so, ich glaube, das mache ich so... Ah... Wie mache ich das denn? Ich glaube, ich... Nee. Wir machen das sogar so, dass ich das hier ein bisschen größer hin mache und da unten den Garten hin packe. Dann kommt hier nämlich noch ein Stück Außenmauer. Dann, das heißt, das Haus wird hier ungefähr lang gehen. Und hier muss ich das auch noch ein bisschen anders machen. Von der Größe her, dann wird das hier so der Gartenbereich. Und das hier wird der restliche Bereich. Und da werde ich dann jetzt erst einmal die Untergeschossebene fertig machen. Und von der Höhe der Mauer her, vom Obergeschoss, habe ich dann noch ein bisschen Pläne, wie ich das mache. Ich möchte nämlich gerne die Außenmauer zumindest... Also hier oben noch einen kleinen Hof hin machen. Und dann die Außenmauer doppelt machen, sodass ich da halt recht gut was reintun kann. Und ich überlege gerade, wie groß ich das hier mache. Weil ich auch hier gerne die Außenmauer dann doppelt haben möchte. Na, das ist nicht doppelt. Nicht die Breite, die ich mir gedacht hatte. Und dann hier so, dass ich da im Endeffekt einen Freiraum zwischen habe. Damit ich mich hinstellen kann und da sagen kann, da dann die Sticky Pistens ordentlich machen kann. Dann soll ich das hier natürlich auf der Länge auch machen. Dann wird das hier nämlich schon wieder kleiner. Aber für einen kleinen Vorhof sollte mir das von der Fläche her noch genügen. Ja, doch, damit bin ich glaube ich noch zufrieden. Und oben wird das dann nämlich hier... Ah gut, das kann ich jetzt sehr schlecht vorführen. Aber da wird hier halt auch so eine Fläche hinkommen, auf der ich das so mache. Dass da so eine Doppelmauer hinkommt und ich dann da eine Tür mitbaue. Zumindest ist das mein Plan. Deswegen gibt es hier heute nochmal ein bisschen Steinmauer. Essen zwischendurch nicht vergessen und ich renne schon mal rüber. Mach dann vor der Tür weiter. Da vorne steht nämlich schon ein verfickter Creeper. Die Viecher sind echt nervig geworden. Ich habe ja häufig viel auf Peaceful gespielt, damit ich sie gerade eben nicht in der Backe habe. Und wenn man sie dann doch mal in der Backe hat, dann merkt man erstmal, wie viele Probleme die einem regelmäßig machen. So, das müsste jetzt der letzte Treffer gewesen sein. Sehr gut. Und jetzt kann ich auch schon wieder reingehen. Tür zu. Schon mal schlafen, damit gar nicht erst Monster spawnen kann. Dann einmal unten vorbeischauen. Und es darf loswerden. Das hatte ich nämlich auch schon befürchtet. Du kommst da rein. Und den tue ich mal hier unten wieder mit hin, damit wir ihn zumindest irgendwo ein bisschen gelagert haben. Hier hatte ich noch Steine. Kann ich mir noch ein paar hiervon mitnehmen. Dafür habe ich die Tür ja so voll gemacht. Vielleicht sollte ich nicht zu viele mitnehmen, damit ich noch Platz für Dreck habe. Und einmal hier wieder runter. Jetzt geht das ja zum Glück sicher. Vielleicht habe ich ja... Toll. Irgendwo ist einer. Da. Ein einziger, der nichts hat fallen lassen. Sehr schön. Hm. Schade. Dann werde ich noch mehr brauchen. Aber gut, da kann ich auch noch weiterfahren. Ich finde übrigens diese neuen Geräusche teilweise so erschreckend. So Leitern und Sand haben... Und ich glaube Gravel auch haben das jetzt, ja. Was einfach unheimlich komisch ist, da man... Zumindest ich das einfach nicht gewöhnt bin, weil man hat nun mal ganz, ganz lange Zeit Minecraft mit den... Ohne sowas gespielt wird. Jetzt hat man das einmal drin. Es ist nicht schlecht. Das will ich nicht sagen, aber es ist halt echt gewöhnungsbedürftig. So. Scheint nun mal hier zu sein. Also bauen wir weiter. Ein Blick auf die Uhr sagt mir, das geht noch optimal. Ja. Und... Hm. Ich glaube, ich werde sogar noch zwei Reihen hochbauen. Dann den Zwischenboden, soweit ich ihn brauche. Und dann quasi das Obergeschoss. Ich bin schon gespannt, wie gut das klappen wird. Ob ich dann nicht vielleicht auch irgendwo noch eine kleine... Eine kleine große Treppe bauen kann. Sehr schöne Kombination. Also eine Treppe bauen kann, die dann hier runterführt in den Hof, wie ich das aufziehe. Weil das Obergeschoss wird dann wahrscheinlich mehr so zum Durchgehen und verziererisch. Und das Untergeschoss dann zum Bauen und Lagerbereich. Und dann da drunter noch einen Keller, in dem ich dann im Endeffekt die Maschinen haben will. Sodass diesmal mehr automatisch gemacht wird. Dass ich nur Sachen befüllen muss und dann nur eine Kiste tun muss. Dann wird das rausgepumpt und ich kann mich hinstellen und dann hinter... Überfreuen, dass in meinen Truhen die fertigen Sachen ankommen. So wie die Mega-Maschine, die ich bei der letzten Staffel im Endeffekt angefangen habe. Nur, ja, vielleicht nicht gleich so ganz übertrieben groß auf einen Schlag. Und mehr darauf ausgelegt, dass ich das halt auch wirklich dann regelmäßig nutze. Weil die Mega-Maschine war jetzt ja mehr eine Spielerei hinterher. Die hätte ich ja gar nicht gebraucht. Und ich verlege auch gerade, ob ich die Innenmauern doppeltwandig machen will. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht, da ich die einfach nicht brauche. Da werde ich wohl dann noch ein paar normale Türen einbauen, wenn überhaupt. Der Plan sagt auch, dass ich das gut ausleuchten werde. Dass ich oftmals einfach auch unter freiem Himmel ein bisschen da rumlaufen kann. Weil ich mau Creatures nicht drin habe. Muss ich ja vor den verschiedenen Monstern, die da neu dazugekommen sind, nicht so viel Angst haben. Und welche fliegenden Pferde, die einen angreifen können. Oder Ogre gibt... oder Werwölfe gibt es dann ja zum Glück nicht. Gerade die Werwölfe und Ogre fand ich persönlich richtig übel. Die Werwölfe waren einfach viel zu stark. Da hatte man kaum eine Chance, die normal zu töten. Hatte aber von Anfang an das Problem, dass die einem halt einfach draußen begegnen. Und man dann ewig darauf rumhaut, bis man da mal einen kaputt hat. Und das ist natürlich uncool. Die Ogre sind einfach übertrieben stark, dass sie das Gebiet so kaputt machen. Vor allem, wenn sie einen sehen, obwohl sie einen nicht sehen können, angreifen. Und damit halt schon mal sich zu einem durcharbeiten. Das finde ich persönlich ein bisschen schlecht geregelt. Gerade wenn man irgendwie so halboffene Fenster hat, weil man sich denkt, das sieht gut aus. Man kann ja dann so Hearthstones da drauf machen oder sowas. Und das ist dann nur so halboffene Fenster. Das würde einem Ogre reichen, dass er da durch einen sehen kann. Sich da vorstellt und angreift. Dann steht man da und denkt sich, na super, mein Levant ist schon wieder im Eimer, weil der Ogre da dreimal drauf umgekloppt hat. Will man natürlich eher weniger. Und ich hoffe auch, ich habe hier genug Steine dafür. Ich habe so die Befürchtung, ich werde offscreen noch einen guten Batzen Zeit damit zubringen müssen, mehr Steine zu farmen. Denn hier möchte ich auf die Höhe hoch. Letztes Mal hatte ich ja mal drei. Und ich habe entschieden, dass mir das eigentlich ein bisschen zu flach ist. Für einen großen Gebäude. Wenn ich es hier so breit mache, möchte ich es auch ein bisschen höher haben. Dass man durch die Räume gut durch kann. Innenräume muss ich dann sowieso noch schauen, wie ich die mache. Aber eins nach dem anderen. Erstmal kommt die Außenmauer. Und ich sehe schon, ich kann hier auch immer gut passend drauf von der Höhe her. Ich muss mich also noch nicht hinstellen, mir da so Gedanken zu machen, wie ich in meine Gebäude eigentlich dann reinkomme. Ich sollte hier nur aufpassen, wenn ich runterfallen werde. Wenn ich hier runterstürze, das tut schon ein bisschen weh. Und wie viel Stein habe ich jetzt noch? Das ist sogar noch recht viel. Ich würde sagen, du kommst auf jeden Fall weg. Ich breche das für heute erstmal ab. Werd' da off-screen wahrscheinlich noch ein bisschen weiterbauen. Oder in der nächsten Folge. Ich dachte, wie das passt. Wollte mich jetzt aber hinstellen. Die Axt kann ich wohl mitnehmen. Noch ein bisschen Mistkraften. Denn wir haben, ich habe ja schon gut was am Bambus wieder zusammen. Kann ich das eigentlich auch hier direkt? Ja, Papier. Klappt leider nicht, dass er mir das ins Inventar legt. Ist ein bisschen schade. So, für Massenproduktion ist das nicht geeignet. Dafür kann ich mir direkt daraus Bücher machen. Also ich finde das an sich schon cool. Ich bin gespannt, wie der Mod-Entwickler das da weitermacht. Wie gut das dann funktionieren wird. So. Leder kann schon wieder weg. Haben wir da auch schon wieder kaum noch was. Federn brauche ich noch. Der Punkt ist, ich werde mir jetzt mal... Ach, das klappt also nicht. Okay, dann machen wir das einfach mal. So kann ich das ja machen. Machen wir erstmal... Ja, ich mache mir, glaube ich, schon wieder ein paar mehr Linking-Books. Und packe mir die hier mit rein. Weil haben oder nicht haben, lieber haben. Und machen wir dann erstmal zwei so. Oder drei so. Bring das hier wieder in Sicherheit. Und fange dann einfach mal an. Wobei ich mir dann auch noch einen neuen Book-Stand machen will. Und zwar technisch kann ich mir sogar zwei davon machen. Und wo packe ich dich denn dann mal hin? Ich mache hier einfach noch ein Stück raus. Und setze den hier hin. Dann nehmen wir da schon mal wieder hin. Und dann erkunden wir hier mal ein bisschen neue Welten. Schwuppdiwupp. Ich hoffe hier immer noch drauf, dass ich die coolen Aspekte irgendwann mal bekomme. Aha. Himmel gibt es. Gibt sogar Dunkelheit. Wir haben wieder irgendwelche Schwächen. Und Jorsga für dieses hübsche... Gott. Ich kann ein paar Hühnchenschlacht. Das sieht ja grausamst aus. Vorne sehe ich schon Skelett. Wir gehen mal wieder zurück. Auch wenn die Landschaft sonst gar nicht mal so uncool aussieht. Mit der Wüste mit drin. Was haben wir denn? Seasonal Forest. Also Forest, der verschiedene Jahreszeiten erkennt. Normaler Nebel. Roter Nebel. Weißer Nebel. Dunkel. Schnelles Wetter. Langsame Zeit. Standard Terra. Und kleine Bioma. Wir haben hier noch ein bisschen Material mitgenommen. Ich werde mein Notebook wieder brauchen. Denn das soll jetzt natürlich mit hier rein waren. Das waren aber noch nicht die Aspekte, die ich gerne hätte. Aber das kommt sicher noch. Und gleich mal im nächsten nachschauen, was wir noch so finden. Oh, Schafe. Einschlagende Blitze. Oh Gott, sind das viele Kühe. Kühe ist gut. Ich brauche wieder Leder. Und hier nehme ich auch gerne mit. Noch habe ich keine Effekte auf dem Meer drauf. Es gibt schon wieder zufällige Explosionen. Hätte ich nicht gerade davon vorliegt gesehen. Ah, Slowness kommt hier, wenn man unterm Händel ist. Okay. Auch die Erfahrungspunkte nehme ich gerne mit. Was habe ich hier denn so? Ich würde gerne mal da rüber gucken, weil da Steinboden ist. Ich würde auch mal neugierig schauen. Was das so ist. Ach, das sind... Oh. Ach, da sind Dinge eingeschlagen. Ich dachte gerade schon, aber ja, da sind einfach nur Dinge eingeschlagen. Random Explosionen. Da ist noch ein bisschen Kohle. Wobei ich mit Holzkohle habe ich gerade genug... Ich will hier nicht auf einer Stelle stehen bleiben. So, dann sollte ich mir schon mal meinen Linking-Book wiederholen. Da habe ich nicht dran gedacht. Da ist noch mehr Leder. Wenn mein Schwert das noch mitmacht, nehme ich mir da gerne noch was mit. Und jetzt gibt das... Ach, ich habe noch ein zweites Schwert. Das ist natürlich gut. Ich dachte schon, ich muss vielleicht noch ein Weiß machen. Aber jetzt kann ich mir sogar noch ein bisschen mehr Kühe schlachten hier. Weil wegen Leder... ...mehr Bücher und so. Ich will hier einfach noch Bücherregale machen für den Verzauberer. Muss ich dann auch mal sehen, wie ich die alle herzaubern soll. Na, vielleicht jetzt noch mehr. Da sind Wölfe. Das sind Melonen. Na, ich glaube, ich gehe dann mal wieder zurück. Bevor es mich hier um die Ohren explodiert. Diesmal holen wir schon mal das Linking-Book raus. Holen wir uns hier mal ein Stöckchen. Dann kann ich mir gleich schon wieder ein neues Schwert machen. Das Zeug kann hier noch rein. Und ich kann... Ich habe hier schon wieder einen ganzen Stag großes Fleisch. Einfach schon mal wieder da reinhauen. Dann kommt noch Hühnchen wieder raus. So. Wollen wir doch bei dir mal schauen, was du mal so Nettes bringst. Große Biome. Caves. Caves ist gut. Das möchte ich ja nicht... Auch gerne. Hätte ich gerne in meiner Farmwelt im Nachhinein drin. Habe ich da ja noch nicht drin. Mineshafts ist super. Bright ist interessant. Tunnel Rain ist zum Kotzen. Ja. Auf jeden Fall noch mit Caves und Mineshafts. Ich glaube, Mineshafts hatte ich auch noch nicht auf jeden Fall noch was Gutes dazu bekommen. Und einen haben wir für heute noch. Mal sehen, was da kommt. Oh, scheiße. Hier brennt man gleich. Nicht lange, aber man brennt. Man hat Hunger. Hat Schnee. Ne, da müssen wir ziemlich schnell wieder zurück. Da bin ich ja mal gespannt, was du mir so bringst, mein Freund. Tiger, Desert River, Shrublands, Black Sunset, Standard Lightning, Fasten, Eternal, Standard Terrain. Nicht so viel Spannendes. Ich wüsste jetzt auch nicht, was davon diese großen Schäden verursacht hat. Ah ja, dann haben wir da heute noch ein bisschen was ausprobiert. Ich würde sagen, für heute machen wir dann jetzt auch wieder Schluss. Ich kann mich noch ins Bettchen legen und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir weiterbauen. Ich hoffe, ihr seid dann alle wieder dabei. Bis dann, Leute. Macht's gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020